In all unseren Studien, besonders in unseren Studien über Exzellenz in Organisationen, haben wir gesehen, dass Chefs mit hohen Erwartungen Arbeitsumgebungen mit hoher Leistung haben. Aber wenn Sie für einen negativen Chef arbeiten, christlich, wenn Sie für einen Chef mit negativen Erwartungen oder Einstellungen arbeiten, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Leistung nicht die beste sein wird. Tatsächlich, wenn Sie sich den Verlauf Ihrer Karriere ansehen, werden Sie zustimmen, dass die Momente in Ihrem Leben, die Sie am meisten genossen haben, die waren, in denen Sie mit einem Chef zusammengearbeitet haben, der positive Erwartungen hatte, für Sie und Ihre Fähigkeiten. Nicht wahr?